Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Scan-Video zu Digimon Masters Online. Heute ist Shoutmon Cross 7 endlich in Digimon Masters Online ins Spiel reingekommen. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, wird heute versucht, Shoutmon Cross 7 aus seinen Boxen zu ziehen. Ich bin schon ultra nervös. 22 Boxen haben wir schon mal am Start. Wird nochmal aufgefüllt. Und falls Shoutmon Cross 7 nicht aus diesen 22 rauskommen sollten. Im allerschlimmsten Fall wird Shoutmon Cross 7 mit der Pitti dann vollgemacht, also mit diesem Ticketsystem. Aber das wird dann heute wahrscheinlich dann nicht mehr stattfinden, falls aus den Boxen, die heute am Start sind, das nicht rauskommen sollte. Wie gesagt, 22 Boxen habe ich jetzt erstmal am Start. Danach im Zweifel wird nochmal aufgefüllt. Aber wir schauen mal, was die 22 denn jetzt erstmal parat haben. Wie gesagt, Shoutmon Cross 7 ist mein Ziel und hoffentlich wird das erreicht. So, dann würde ich sagen, packen wir die Sachen in den Scanner. Und dann würde ich sagen, lege ich los und hoffentlich kommt Shoutmon Cross 7 raus. Ich starte den Scan-Vorgang in 3, 2, 1, los geht's! Oh, bitte. Die Hälfte der Boxen ist schon durch. Ah, schade, die ersten 22 waren leider nichts. Na gut, dann müssen wir schauen, dass jetzt nochmal aufgefüllt wird und hoffentlich gönnen die Boxen dann. Also, bis gleich. So, dann wurde jetzt einmal aufgefüllt weitere 22 Beautiful Summer Boxen. Naja, bisher waren die nicht so beautiful, aber sind jetzt auf jeden Fall nochmal am Start. Für die Pity sind wir jetzt schon mal bei insgesamt 95 Tickets. Also 95 von den Summer Conscious. Deswegen schauen wir mal, ob jetzt diese 22 dann vielleicht, vielleicht dann was gönnen und hoffentlich dann jetzt Cross 7 bescheren. Deswegen würde ich sagen, die nächsten 22 gehen an den Start und zwar in 3, 2, 1, jetzt! Komm schon, bitte! Leider auch aus den 22 nichts rausbekommen. Na gut, dann schauen wir zumindest einmal, bei wie viel Tickets wir sind und dann, ja. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber gut, Fazit für heute ist 165 Summer Conscious, also in dem Sinne Tickets für das Pity-System sind schon mal erreicht. Leider haben die Boxen gar nichts gegönnt. Die Tage wird es dann auf jeden Fall nochmal ein weiteres Scan-Video dann geben, sobald dann weitere Boxen dann an Start kommen. Und ja, irgendwie kriegen wir das schon noch hin, dass das voll gemacht wird. Aber gut, heute nicht mehr. Naja, dann würde ich sagen, was ist das dann auf jeden Fall für heute von diesem Scan-Video. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, sagt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht, vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein! Ciao, ciao! Ciao!